Und zugeschaltet ist jetzt der Weltautor Deniz Yücel. Deniz, trotz Inflation und Wirtschaftskrise verheerenden Erdbeben folgen und legen eben Fusch am Bau. Warum haben immer noch so viele Türken wieder für Erdogan gestimmt? Weil, ich glaube, aus zwei Gründen. Das eine ist die Propaganda der Angst, das ständige Schüren von Angst gegen den politischen Gegner, den man dämonisiert hat, vor dem Westen, den Kurden. LGBT, das war zum ersten Mal in der Türkei in einem Wahlkampf großes Thema. Also diese Angst vor einer angeblichen Terrorgefahr, vor dem Westen, vor den bösen Feinden, die das Land spalten wollten. Das war die eine Behauptung, immer wieder wiederholt, auf tausend Kanälen, die Erdogan zur Verfügung stehen. Und das zweite war, glaube ich, die Identitätspolitik, mit der Erdogan seit Jahr und Tag erfolgreich Politik macht, nämlich sich auf seine Klientel, die türkisch-sunnitische Mehrheit, zu verlassen und aus Wahlen eine Abstimmung zwischen Gläubigen und Ungläubigen zu machen. Und das hat wieder funktioniert. Weiter. Liegt es nicht vielleicht auch daran, dass Kilic Daroglu eine zu schwache Alternative ist? Es gab keine andere Alternative zum einen. Zum anderen hat Kilic Daroglu, es war ja nicht der erste Wahlkampf gegen Erdogan. Also der erste Direktwahl des Präsidenten hat Kilic Daroglu, damals als Oppositionsführer, dachte er sei eine gute Idee, einen islamisch-konservativen, allerdings nicht so krawalligen Kandidaten aufzustellen. Das ist krachend gescheitert. Beim letzten Mal hat für die JAP kandidiert Mohamed Inge, ein Sozialdemokrat, der ähnlich krawallig drauf war wie Erdogan. Auch das ist gescheitert. Und Kilic Daroglu hat nun versucht, einen Wahlkampf zu führen, in dem er verschiedene Spektren der Opposition vereint hat, in dem er zum ersten Mal auch der Opposition den Glauben geschenkt hat, das Selbstvertrauen, das sie diesmal gewinnen könnten, der auch eine Bildsprache gefunden hat. Erdogan hat tausend Kanäle, Kilic Daroglu hat sich mit Videos aus seiner Küche, aus seiner bescheidenen, fast ein bisschen biederen Küche, zu verschiedenen Themen zu Wort gemeldet. Das kam auf Social Media gut an. Aber woran uns das hier jetzt auch erinnert, selbst in der Türkei ist Social Media, ist Twitter, ist halt nur ein Teil der Bevölkerung. Und man darf sich nicht der Annahme, der Illusion hingeben, dass etwas, was auch Social Media Welle macht, dass das auch die gesamte Gesellschaft erfasst. Aber nochmal, ich glaube, Kilic Daroglu hat sein Bestes getan. Und er war auch, wenn er so das Image eines leicht bürokratischen Onkels hat, der auch nicht mehr der Jüngste ist, der ist ja noch älter als der Amtsinhaber. Aber er hat danach mit diesem Gerechtigkeitsmarsch 2017, als er von Ankara nach Istanbul gelaufen ist, hat er auch ein Charisma gewonnen. Und ich glaube, an ihnen lag es am allerwenigsten, zumal die beiden Alternativen, die beiden Oberbürgermeister von Ankara und Istanbul, die 2019 gewonnen hatten, aus verschiedenen Gründen ausfielen. Das eine der Oberbürgermeister von Ankara, weil der selbst einen nationalistischen Hintergrund hat und für viele Kurden nicht lieber gewesen wäre. Das hätte garantiert nicht geklappt. Und der Oberbürgermeister von Istanbul, der hatte vor einigen Monaten mit einem durchsichtigen, wirklich an den Haaren herbeigezogenen Beleidigungsverfahren, wurde jetzt eine Haftstrafe verurteilt. Und das bestand die Gefahr, dass nach Abschluss des Nominierungsverfahrens, dass einfach ein Berufungsgericht die Haftstrafe gegen ihn bestätigt, das hätte ein Politikverbot nach sich gezogen und die Opposition hätte ohne Kandidaten da gestanden. Also der Stand, so smart und jugendlich und so weiter, oder gleich so Erdogan jedenfalls, er ist, den zu kandidieren aufzustellen, das konnte sich der Opposition nicht leisten. Und es bleibt letztlich hypothetisch, ob der sich gegen Erdogan besser durchgesetzt hätte, gegen diese Strategie des Schürens von Angst und der Strategie, daraus sozusagen einen Glaubenskampf zu machen. Die größte Gruppe der Auslandstürken, die eben jetzt mitwählen durften, die lebt ja in Deutschland. Und bei denen hat Erdogan mit zwei Dritteln gewonnen. Wie erklärst du dir das? Das ist nicht neu. Also das ist, Erdogan hat ziemlich genau sein Ergebnis in Deutschland, scheint er wiederholt zu haben, von 2018. Das sieht man in der gesamten Diaspora, dass die türkischen Communities dort ungefähr so abstimmen, wie die Milieus, aus denen die Diaspora größtenteils herstammt. Also in Großbritannien oder in der Schweiz liegt dann die pro-kurdisch-linke Partei, liegt immer vorne, weil dort die Community aus vielen politischen Flüchtlingen besteht, viele Kurden dabei sind. In den USA überwiegen die gut ausgebildeten Leute, die dann entsprechend so wählen, wie ihre Milieus in der Türkei auch. Und in den ehemaligen Anwerbestaaten, wie Deutschland, wie Österreich, wie den Niederlanden, wählt man so, wie in den ärmlichen, frommen, ursprünglich mal aus dem Land stammenden, inzwischen meist in den Städten lebenden Milieus mehrheitlich auch gewählt wird. Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wie viel Hoffnung hast du für die Stichwahl, dass da eventuell doch noch der Herausforderer gewinnt? Es gibt keinen, ich sehe keinen einzigen Grund. Es sind zweieinhalb Millionen Stimmen Unterschied. Theoretisch ist es möglich, aber Erdogan hat die Parlamentsmehrheit mit im Bündnis mit der MAP. Darauf wird er sich stützen können. Der dritte Kandidat, der jetzt nicht im Rennen ist, das ist ein nationalistischer Bewerber, dessen Wähler werden dürften, vermutlich eher Erdogan zuneigen. Und Erdogan hat das Momentum, dass er im Wahlkampf verloren hatte, dass die Opposition auf ihrer Seite zu haben schien, das ist wieder auf Erdogans Seite. Die Frustration ist groß. Und ich glaube, es gibt im Moment, Stand jetzt, kein wirklich, ist das nur eine theoretische Chance, dass Kildsch-Steire Olu das in der Stichwahl schaffen könnte. Aber es sind zwei Wochen Zeit und vielleicht kann sich das Blatt auch noch wenden. Aber im Moment spricht wirklich nichts dafür. Sagt Dennis Yücel. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.